Hi, grüß euch. Heute habe ich den Streuwagen hier im Test und so bekommt ihr die Verpackung nach hause geschickt. Dann schauen wir uns einfach mal an, wie das ganze aufzubauen ist. Sieht jetzt auf den ersten Blick nicht aus wie ein Hexenwerk. Die eigentliche Stange mit dem Bügel und eben hier die zwei Räder und natürlich hier der eigentliche Streuer. Das war es dann auch schon gewesen. Dann bauen wir das ganze jetzt mal auf. Wie ich mir schon gedacht hatte, ist der Aufbau mehr als einfach. Ist ja hier eigentlich alles so weit bebildert. Manches wirkt ein bisschen unlogisch, weil es auch schwarz-weiß ist, aber dennoch hat der Aufbau jetzt keinen zehn Minuten alleine gedauert. Selbst für mich als Laien überhaupt kein Problem. Was ihr benötigt ist halt einfach ein Schraubenzieher. Vor allem ein schmalen, weil ihr hier unten dieses Teil dann mit einem langen Schraubenzieher oder mit einem schmalen Schraubenzieher vor allem festmachen müsst. Und ansonsten das wird ganz normal aufgedreht. Auch nochmal per Schraube festgeschraubt und dann war es das ganze. Und somit ist der Streuwagen hier fertig. Und dann schauen wir uns einfach mal an, wie das ganze jetzt hier funktioniert. Ihr habt hier diesen Hebel, um den Durchsatz zu regulieren oder zu erweitern. Also wirklich einfach und simpel gehalten. Genau das dazu. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.